Kann es sein, du willst mehr? Freiraum, um der zu sein, der du bist. Ein Ort, wo das Lachen, Denken, Tanzen und das Rennen einfach anders ist. Ein Ort, wo das Zusammenleben, das Zusammenlernen und das Zusammenarbeiten einfach anders ist. Wo das Leben ein Gefühl der Gemeinschaft mit sich bringt. Den Ort, den gibt es wirklich. Er heißt St. Afra. Er heißt St. Afrätten sich, wenn eine дома beim DJ prince setthakan möglich etwas anderes standt die Robertsern können. Er heißt St. Afrater verurest dust für den Ausblut? Er heißt St. Afrater. Let calmest heil North Polen. Wenn dich Strom an little notions von Ger un przy acquirent den mate � compliqué. Untertitelung des ZDF, 2020